Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Es ist der 16. August 2024. Mein Name ist Benjamin Gollmer. Hallo und herzlich willkommen. Zu Beginn unserer heutigen Sendung möchten wir Sie gerne auf die neue Ausgabe der Schweizer Zeit hinweisen. An der Schweizer 1. Augustfeier hielten zwei politische Schwergewichte bedeutsamer Ansprachen. Lesen Sie die Reden von Altbundesrat Christoph Blocher und von Noldi Ehrensberger, dem eidgenössischen Schwingerkönig aus dem Jahr 1977. SVP-Generalsekretär Enric Schneider macht klar, dass die Kantonsregierung, das sogenannte Haus der Kantone, einen Duckmäuser-Kurs beim EU-Unterwerfungsvertrag einschlagen wollen. Chefredaktor Anjan Liebrand kommentiert die RKI-Protokolle. Sie belegen, dass die Menschen bezüglich der Wirksamkeit der staatlichen Corona-Maßnahmen schwerwiegend getäuscht worden sind. Die Schweizer Zeit können Sie abonnieren unter www.schweizerzeit.ch und eine exklusive Produktion der Schweizer Zeit läuft auch jede Woche am Montag im Kontrafunk. Nach dieser Werbung kommen wir nun zu den Themen unserer heutigen Sendung. Mit dem ehemaligen Oberstleutnant im Generalstab der Schweizer Armee Ralf Bossart sprechen wir über die Ukraine und ihren Vorstoß nach Russland. Ist das ein Erfolg und eine Blamage für Präsident Putin oder ist das der Beginn der ukrainischen Kapitulation? Und mit Bossart sprechen wir auch über ein anderes brandaktuelles Thema, die Anschläge auf die Ostsee-Pipelines. Dazu hören wir Olaf Scholz vom 15. Februar 2020 und Joe Biden vom 7. Februar 2020. Seit gestern gibt es eine neue These zum Angriff auf die Pipelines. Der Terrorakt soll von ukrainischen Militärs und Unternehmern geplant worden sein. Präsident Volodymyr Selenskyj soll den Plan genehmigt haben. Das meldete das Wall Street Journal. Außerdem begrüßen wir den polnischen Politiker Professor Gislaw Krasudemski. Den Soziologen und ehemaligen EU-Parlamentarier befragen wir zu möglichen polnischen Geheimdienstkontakten zu den Attentätern und zu den europäischen Rechtsparteien. Außerdem bei uns. In zweieinhalb Wochen werden die Landtage von Sachsen und Thüringen gewählt. Die heiße Phase des Wahlkampfs läuft. SPD-Chef Lars Klingbeil hat gestern in Leipzig bei bestem Wetter Eis verteilt. Die Grüne Katrin Göring-Eckardt macht auf Instagram Wahlkampf mit dem Wetter. So Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir jedenfalls ist es viel zu heiß. In manchen Teilen Deutschlands werden jetzt gerade 37 Grad gemessen in diesen Tagen. Es ist schlimm. Was kann man machen? Die Städte können dafür sorgen, dass Trinkbrunnen überall stehen, dass mehr Grün in der Stadt ist und alles das. Was kann man noch machen? Man kann Grün wählen. Den Wahlkampf im Osten und das mögliche Aus der Grünen im Thüringer Landtag kommentiert heute Frank Walig. Und mit dem theoretischen Physiker Prof. Carsten Kreu sprechen wir über die Corona-Maßnahmen. Er meint, wer behauptet, der Nutzen der Maßnahmen sei durch Studien nachgewiesen, verbreitet Fehlinformationen. Das hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Die ukrainische Armee ist auf russischem Boden. Erstmals nach Beginn des Krieges vor zweieinhalb Jahren sind ukrainische Soldaten strukturell auf russisches Staatsgebiet vorgedrungen. Diese Offensive begann am 6. August. Der Schweizer Rundfunk berichtet, dass etwa 450 Quadratkilometer und 28 Siedlungen unter Kontrolle gebracht wurden. Nach ukrainischen Angaben sind mehr als 100 russische Soldaten gefangen genommen worden, die für einen Austausch genutzt werden könnten. Wir begrüßen dazu Ralf Bossart, ehemaliger Oberstleutnant im Generalstab der Schweizer Armee. Teile seiner Ausbildung durchlief er in Moskau. Für die OSZE war er auch in der Ukraine tätig. Herr Bossart, guten Tag. Grüß Gott. Die Angaben über die Fläche, die ukrainische Soldaten erobert haben, schwankt. Wenn wir die Zahl des SRF nehmen, wäre das ziemlich genau die Hälfte Berlins. Wie kam es zu diesem Vorstoß? Ja, die ukrainische Armee ist auf einer Frontbreite von circa 40 Kilometern über die russische Staatsgrenze zwischen der ukrainischen Stadt Sumy und der russischen Stadt Kursk gestoßen und hat eben gut zwei Dutzend Dörfer unter ihre Kontrolle gebracht. Danach hat sie offensichtlich mit Verbänden in Stärke von verstärkten Panzergrenadierzügen eigentliche Raids weitere 10 bis 15 Kilometer tief in russisches Territorium hinein veranstaltet. Wurde jetzt offenbar aber zum Stehen gebracht und wieder auf einen Streifen von circa 10 Kilometer jenseits der Grenze zurückgeworfen. Die Truppen hierfür wurden offenbar zumindest teilweise aus dem Bestand der ukrainischen Kräfte an der belarussischen Grenze entnommen. Offenbar sind die Ukrainer bereit, das Risiko in Kauf zu nehmen. Angeblich wollen sie ja mit einem halben Dutzend Brigaden in die Grenzregion eingefallen sein. Inzwischen habe ich aber verlässliche Quellen gesehen, aus denen hervorgeht, dass primär eine Brigade der ukrainischen Armee beteiligt ist, verstärkt mit Verbänden aus einem halben Dutzend anderer Brigaden. In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder auch detaillierte Informationen über Truppenbewegung bekommen. Es geht ja so weit, dass man dann auch weiß, welche Kampfgruppen gerade wo im Einsatz sind. Haben die Russen diese Verlegung auch von kampfstarken Gruppen Richtung Kurs nicht mitbekommen? Das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, weil ich vermute, dass die Russen nicht nur leistungsfähige technische Sensoren haben, sondern dass sie auch auf ukrainischen Boden nach wie vor genügend Informanten haben, die ihnen Informationen zutragen. Gemäss russischer Doktrin schliesst sich an die eigentliche Staatsgrenze, ein Sicherungsstreifen an von je nach Gelände 15 bis 40 Kilometern Tiefe. Sie nennen das Palazza Abespecenia. Und in diesem Streifen kämpfen schwache Kräfte eigentlich nur hinhaltend. Und deshalb konnten ja jetzt die Ukrainer auch zehn Kilometer da über die Grenze hinausstoßen. Das dient einerseits dazu, das Schwergewicht des gegnerischen Angriffes festzustellen. Und andererseits geht es aber auch darum, die erste Verteidigungslinie nicht dem Feuer der gegnerischen Artillerie auszusetzen und auch um Zeit zu gewinnen, welche die Verteidiger benötigen, um die Verteidigungsstellungen zu beziehen. Das ist russischerseits jetzt mittlerweile offenbar Erfolg. Das braucht ein paar Tage. Ich erinnere daran, im Rahmen ihrer Sommeroffensive im vergangenen Jahr gelang es den Ukrainern nur gerade an einem einzigen Ort, nämlich in Rabotene, südlich von Saporoschie, den Sicherungsstreifen der Russen zu überwinden und in die erste Verteidigungslinie der Russen einzubrechen. Man würde eigentlich besser von Verteidigungsstreifen sprechen, denn ein russisches Verteidigungsdispositiv besteht aus vier solcher Verteidigungsstreifen von jeweils zehn bis 15 Kilometern Tiefe, die im Abstand von jeweils 20 bis 25 Kilometern hintereinander angeordnet sind. Und überall sonst blieben die Ukrainer vor einem Jahr bereits im Sicherungsstreifen hängen. Und ich vermute, dass es auch diesmal wieder so ablaufen wird. Das heisst, Sie gehen davon aus, dass dieser Vorschluss jetzt quasi schon beendet ist, nicht weiter Raum gewinnen wird. Wie steht es denn damit? Können die Ukrainer auch wieder zurückgedrängt werden oder können Sie diese Stellung jetzt halten? Natürlich können sie zurückgedrängt werden, in Abhängigkeit davon, wie viele Truppen die Russen bereit sind, hierfür einzusetzen. Aber die Russen werden das Spiel möglicherweise nicht mitspielen. Oberster Reisner vom österreichischen Bundesheer hat ja spekuliert, es gehe den Ukrainer darum, die Russen zum Abzug von Truppen von der Front in den Räumen auf die IFK, Chassefjahr und Stanetsk zu zwingen. Bislang schaut es nicht so aus, als ob den Ukrainern das gelänge. Eher das Gegenteil ist der Fall. Die Russen haben soeben New York eingenommen. Also sie haben mich schon richtig verstanden, oder? New York ist der Name für die Siedlung Novgorodzke oder Novgorodzke, wie die Ukrainer sagen, welche besonders eifrige Transatlantiker jüngst umbenannt haben. Aber auch in Toretsk und Chassefjahr stehen die Dinge nicht gut für die Ukrainer. Davon abzulenken war wohl das hauptsächliche Ziel der Ukrainer, die ein neues Narrativ schaffen mussten, nachdem sie gezwungen gewesen waren, ihre Truppe aus Krünki bei Cherson südlich des Dnieper abzuziehen. Das heisst, dieser Vorstoss und die Berichterstattung, dass das jetzt eine Blamage für Russland und Putin sei, ist aus Ihrer Sicht eher ein Narrativ, was gebaut wird, um wieder positive Nachrichten zu produzieren? Definitiv. Und hier zeigt sich eben auch der Charakter des aktuellen Kriegs als Informationskrieg, in welchem gewisse Aktionen nur unternommen werden, um Schlagzeilen in der Presse zu erzeugen, dass den Ukrainern dies gelungen ist. By the way, zeigt allein schon die Tatsache, dass wir hier heute darüber sprechen. Hinter diesen Theorien von Informationskrieg stehen NATO-Theorien, auch von Cognitive Warfare und wie das alles heisst, die im Kern darauf herauslaufen, dass man Kriege gewinnt, indem man eine grosse Klappe führt. Und in dieser Disziplin waren ja Kiew und Brüssel schon länger sehr gut geschult. Allerdings gibt es auch im Westen skeptische Stimmen, zum Beispiel vom Politologen Carlo Massala, der ja eigentlich pro-ukrainisch argumentiert, hier aber sagt, es besteht durchaus die Gefahr, sollte die Ukraine zu viele Truppen von der eigentlichen Front abgezogen haben, könnte die Front kollabieren und das der Start einer ukrainischen Kapitulation sein. Sind das schon kritische Stimmen? Ja, die sind auch angebracht. Man kann sich auch fragen, bereitet Selenskyj hier ein Ausstiegsszenario vor, in dem er mit einem erfolgigen Rücken in Verhandlungen einsteigen will. Man kann auch spekulieren über Sinn und Zweck dieses Unternehmens jetzt. Hätten die Ukrainer jetzt wirklich doktrienkonform ein Armeegor eingesetzt, dann wäre natürlich die 90 Kilometer von der Grenze entfernt liegende Stadt Kursk schon in Reichweite. Und über die Einnahme von Kursk hat man ja schon spekuliert. Ich traue den Ukrainern allerdings nicht zu, dass sie eine Stadt in der Ausdehnung von 15 mal 20 bis 25 Kilometer einnehmen können. Eine Stadt mit knapp einer halben Million Einwohner, denn sie haben keinerlei Erfahrung im Angriff in Grossstädten. Sie haben in den letzten Jahren eher Erfahrungen gesammelt im Bereich des Rückzugs aus Grossstädten. Und auch das Kernkraftwerk westlich von Kursk, das etwa 60 Kilometer jenseits der Grenze liegt, liegt wahrscheinlich ausserhalb der Reichweite der ukrainischen Armee. Ja, so bleibt eigentlich als Sinn und Zweck nur die Theorie vom Informationskrieg. Seit unserem letzten Gespräch gab es unterschiedliche Entwicklungen. Die Bürgenstockkonferenz in der Schweiz, Viktor Orbans Reisen, Gespräche zwischen der Ukraine und China und nun dieser ukrainische Vorstoß. Sind direkte Verhandlungen wahrscheinlicher geworden? Natürlich sind sie etwas wahrscheinlicher geworden, weil sämtliche westlichen Wunderwaffen nichts gebracht haben und man muss, glaube ich, kein Heilseher sein, um zu sagen, dass jetzt möglicherweise auch die F-16-Kampfflugzeuge, welche den Ukrainern geliefert werden, das Blatt nicht wenden werden. Die F-16 ist ein Kampfflugzeug, das nichts könnte, was russische Kampfflugzeuge auf der anderen Seite nicht können. Also wird irgendwann einmal verhandelt werden müssen. Wann und was verhandelt wird, das wird möglicherweise China bestimmen, das noch Einfluss hat, ganz im Unterschied zu den Europäern und leider auch zu den Schweizern, die, glaube ich, mit der Bürgenstockkonferenz doch ihre Glaubwürdigkeit nachhaltig beschädigt haben. In den vergangenen Tagen gab es Neuigkeiten rund um die Sprengung der Nord Stream-Pipelines in der Ostsee und diese Nachrichten könnten auch das deutsch-ukrainische Verhältnis belasten. Vorgestern hieß es zunächst, dass es Neuigkeiten zu einem Tatverdächtigen gab, einem Ukrainer und gestern kam dann die Nachricht, dass Präsident Zelensky von der Nord Stream-Sprengung gewusst haben soll und sie auch genehmigt haben soll, später dann versucht haben soll, sie zurückzuziehen, dann sei es zu spät gewesen. Quelle ist das Wall Street Journal aus den Vereinigten Staaten, bezieht sich auf vier Beteiligte, angeblich Beteiligte. Die BILD hat dann darüber berichtet. Wie sehen Sie diese Neuigkeit? Also es war ein ukrainischer Anschlag von ukrainischen Geschäftsleuten und hohen Militärs gemeinsam geplant von Zelensky zunächst genehmigt. Ja, das klingt für mich so, als müsste jetzt Zelensky als Sündenbock herhalten für eine Aktion, die ja wahrscheinlich oder angeblich von US-amerikanischer Seite ausgegangen ist. Die Behauptung, dass irgendwelche Ukrainer mit einer Segeljacht ausgerüstet und mit Tauchausrüstung aus dem Sportgeschäft stammend in 80 Meter Tiefe tauchen könnten und das mitten in einem Marineverband der NATO, der damals vor Bornholm Übungen durchführte, ohne dass dies bemerkt worden wäre, ist absolut unglaubwürdig. Ich würde sogar sagen lächerlich. Möglicherweise hat man in der Administration Biden jetzt gemerkt, dass das Narrativ von der russischen Urheberschaft schon nicht mehr zu halten ist und dass ein Imageschaden für die Administration Biden entstehen könnte. Und jetzt schiebt man die Geschichte einfach auf Zelensky ab. Das ist allerdings auch die Lesart in den deutschen Medien und der Bundesanwalt scheint dieser Lesart ebenfalls zu folgen. Wenn das so wäre, wie wäre das denn militärisch zu beurteilen? Es ist ja letzten Endes ein Anschlag auf die europäische Infrastruktur. Ja, und diesem Anschlag könnten dann natürlich noch weitere folgen. Insbesondere wäre das natürlich beunruhigend, wenn es die Russen gewesen wären, wovon ich persönlich nicht ausgehe. Denn wenn die Russen in der Lage sind, durch das wahrscheinlich bestüberwachte Meer der Welt ein U-Boot zu verlegen, in aller Ruhe Unterwasserinfrastruktur zu sprengen und sich dann wieder davon zu machen, dann können sie das auch anderswo und dann ist die Infrastruktur für ganz Europa nicht mehr sicher. Aber das Vorgehen, das hier zutage getreten ist, deutet natürlich auf die Zukunft der Kriegführung hin. Und das wird Unterwasserkriegführung sein. Es gibt genügend Infrastruktur unter Wasser, welche von Bedeutung sind. Und das ist der Trend für die Zukunft. Sie bett Warfare, nennt sich das, glaube ich, im NATO-Schargung. Die deutsche Bundesregierung scheint jetzt ja auch in einem strategischen Dilemma zu sein. Wenn es tatsächlich so sein sollte, dass es aus einem verbündeten Land gekommen ist, also Sie sagen USA, hier steht Ukraine im Raum, wie soll man denn darauf reagieren? Wenn man jetzt ukrainische Infrastruktur kaputtbomben würde, müsste man sie ja ohnehin übermorgen wieder aufbauen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Die deutsche Bundesregierung wird sicher nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt seinem immer noch Verbündeten in den Rücken fallen. Dazu ist derzeit sicherlich nicht der richtige Zeitpunkt. Hingegen wäre das dann natürlich eine Rechnung, die dann nach Abflauen der Kampfhandlungen irgendwann aufgemacht werden muss. Die Ukraine hat in der vergangenen Woche eine Offensive auf russisches Staatsgebiet gestartet. Beobachter streiten nun, ob die Offensive ein Befreiungsschlag oder ein unkalkulierbares Risiko ist. Wir sprachen mit Ralf Bossert, ehemaliger Oberstleutnant im Generalstab der Schweizer Armee. Herr Bossert, vielen Dank. Bitte, gerne. Der heiße politische Spätsommer kommt immer näher. Im kommenden Monat wird in drei deutschen Bundesländern gewählt. In Brandenburg gibt es eine kleine Besonderheit im Wahlkampf. Der SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke verzichtet ausdrücklich auf gemeinsame Auftritte mit dem SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz. Außerdem lässt Woidke sich zitieren mit den Worten Ich bin froh, wenn ich von der Bundesregierung ein paar Tage nichts höre. Die Stimmung bei den Ampelparteien ist überaus angespannt. Den Wahlkampf im Osten kommentiert Frank Walig. Die einen tun so, als ob es noch um etwas ginge, die Grünen. Die anderen spielen bei den drei Landtagswahlen keine Rolle mehr und probieren schon mal die Parolen für die Bundestagswahl aus, die FDP. Drei kleine, bevölkerungsschwache Länder im Osten der Republik haben eine Bedeutung erlangt wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Diese bockigen drei wehren sich mit allen demokratischen Mitteln gegen die Herrschaft der Berliner Ampel und ihrer bedrohlichen Vokeness. Die AfD, der Gott sei bei uns der Parteienlandschaft, liegt bei 30 Prozent. Dabei tun die Umfrageinstitute, die dies feststellen, ihren Auftraggebern den Gefallen, die AfD gering zu schätzen. In den ersten Medien erscheinen jetzt erstaunlich sachliche Berichte über Wahlkampfauftritte von Björn Höcke. Ein Thüringer Lokalsender bringt ein Stundengespräch mit ihm. Die Quoten gehen durch die Decke. Nazi-Hetze zieht im Osten nicht mehr. Brandmauer. Darauf hoffen mit der ihnen eigenen empörenden Verzweiflung nur noch die Grünen. Für die geht es um einiges. Das Gesicht der Grünen im Osten, Katrin Göring-Eckardt, Bundestagsvizepräsidentin, fürchtet zu Recht um Macht und Einfluss. Sie ist das fleischgewordene Symbol des grünen Niedergangs. Sie ist die Macherin der ungeregelten, unbegrenzten Einwanderung. Mit grüner Moral lässt sich jede Aggression der Migranten rechtfertigen. Diese rassistischen Deutschen sind eben schuld. Die Migranten müssen sich in unseren Sozialsystemen wohlfühlen. Das ist einer ihrer Sinnsprüche. Das tun die Migranten. In Thüringen steht die Frau nicht unmittelbar zur Wahl, doch hängt ihre Karriere vom Abschneiden ihrer Partei ab. Fliegen die Grünen aus einem oder zwei Landesparlamenten, ist Göring-Eckardt reif für eine Fußnote in den grünen Analen. Sie verantwortet den grünen Niedergang. In sozialen Medien bettelt die Frau um Stimmen für ihre Partei. Sie bettelt aber um Stimmen für sich, um eine gewisse Mehrheit für die AfD zu verhindern. Mehr ist nicht eine Bankrotterklärung grüner Politik. Taktisch wählen, aber klug. Das steht auf den grünen Wahlplakaten. Wer nicht grün wählt, der ist blöde. In Sachsen und Thüringen finden demokratische Wahlen statt. Der Wähler entscheidet, denen doch egal. Die grüne Orientierungspartei sitzt womöglich bald auf der Straße und die FDP gleich mit. Im betongewordenen Parteiensystem käme das einem Abbruchunternehmen gleich. Der Osten macht es möglich. Die Spitzenfrau der Grünen ließ genüsslich ihre angeblichen Hass-Mails vor, aber nicht ihre Steuererklärung. Von der Studienabbrecherin zur Millionärin. Reich werden durch den Steuerzahler. Göring-Eckardt bekommt über 200.000 Euro. Jährlich. Verdient hat sie das nicht. Wie ein Frettchen am Kadaver hängt sie jetzt an den Pfründen. Wenn Karrieren zu Ende gehen, wird es durchaus peinlich. An was hängt die FDP? In den drei bockigen Ländern noch nicht einmal am seidenen Faden. Die Liberalen werden auf die Straße gesetzt werden. Die Bundestagswahl, das ist ihre letzte fette Beute. Die Liberalen lieben plötzlich das Auto und das Benzin. Sie fordern Ministerrücktritte wie der losgelassene Volontär eines Revolverblattes. Sie geben sich so, als ob sie mit der Ampel in Berlin nichts zu tun hätten. Dieses Gefordere hat mit Landtagswahlen nichts zu tun. Wie die Grünen rufen die Liberalen, wir sind doch die Demokratie. Die AfD ist böse, wählt uns, auch wenn es keinen Grund dafür gibt. In den Ländern und bald im Bund. Alle drei Ampelparteien werden vom Wähler abgestraft werden. Erst einmal in den Ländern. In diesem Ausmaß hat es das in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben. In den Parteizentralen werden bereits Formulierungen gesucht für die Stunde danach. Beliebt ist bei den Ampelisten bitteres Ergebnis. Wir blicken nach vorne mit Haltung. Da verlieren sie die politische Balance, kippen nach vorne um und schlagen hart auf dem Pflaster der Wirklichkeit auf. Dem Wähler aber rufen sie zu. Das hat gar nicht wehgetan. Das mag sein. Aber beim nächsten Mal, da tut es richtig weh. Das war unser Kommentar des Tages von Frank Walig. Wir alle haben mitgemacht. Bei den staatlichen Covid-Maßnahmen haben wir alle mitgemacht. Entweder haben wir eine Maske getragen oder wir hatten unsere Kinder im Homeoffice statt in der Schule. Oder wir haben uns von Demonstrationen abhalten lassen, zur Not mit dem Wasserwerfer wie in Berlin und Frankfurt. Es war kein Entkommen. Zu umfassend waren die Maßnahmen. Aber es hat sich gelohnt. Die strikten Einschränkungen des öffentlichen Lebens haben wesentlich zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beigetragen. So berichtet es die Tagesschau im Juli 23. Besonders wirksam waren Schnelltests und Maskenpflicht. So urteilte vor wenigen Tagen Professor Alice McHardy vom Helmholtz-Zentrum in Braunschweig. Damit könnten wir jetzt enden und zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen. Aber so einfach ist es nicht. Den Aussagen von Tagesschau, Robert-Koch-Institut oder Helmholtz-Zentrum widerspricht eine Multiverse-Studie aus Stanford und Harvard. Dazu begrüßen wir den theoretischen Physiker Professor Klaus Kreu von der Universität Leipzig. Er meldete sich mit rund 80 anderen deutschsprachigen Wissenschaftlern bereits während der Pandemie zu Wort. Die Gruppe ist bekannt unter dem Namen Sieben Argumente. Herr Kreu, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Harvard und Stanford gelten als US-Elite-Unis und haben bei Otto Normalverbraucher ja so eine Art Klang wie Donnerhall. Wie ist das in der Wissenschaft? Ja, das sind sehr gute Universitäten, das ist richtig und eine gewisse Garantie für Qualität. Man darf aber natürlich nicht von der Universität auf den einzelnen Wissenschaftler schließen. In der Wissenschaft muss man sich immer alles sehr genau und sehr konkret anschauen und darf nicht vorschnell solche Schlüsse ziehen. Also das sollte man immer vorsichtig sein. Hier geht es um die Forscher Aaron Ben-David und Chirac Patel. Die haben eine Multiverse-Studie zu Corona-Maßnahmen erstellt. Was ist eine Multiverse-Studie? Ja, also eine Multiverse-Studie ist eine Studie, die sich empirische Zusammenhänge ansieht. Zum Beispiel die Frage, stimmt es, dass in Häusern, auf denen Störchen nisten, die Menschen mehr Kinder bekommen. Das könnte dann darauf hinweisen, dass die Störche die Kinder bringen, zum Beispiel. Wenn man nicht weiß, ob das eine gute Erklärung dafür hat, dass das tatsächlich so ist, kann man einfach diese Empirie überprüfen. Man macht dann ein Modell und sagt, okay, wir zählen die Störche und wir zählen die Kinder, die geboren werden in verschiedenen Gebieten in Deutschland. Und dann gucken wir, ob dieser Zusammenhang besteht. Und dann kann rauskommen, dass das stimmt, dass da also ein Zusammenhang besteht, der positiv ist. Mehr Störche, mehr Kinder. Oder es kann natürlich negativ ausgehen. Es kann sein, dass rauskommt, mehr Störche, weniger Kinder. Und jetzt hängt das ein bisschen von den Modellen ab, die man jetzt zugrunde legt und mit denen man solche Hypothesen dann formalisiert. Und dann eben die empirischen Daten testet, was man da rausbekommt. Und eine Multiverse-Studie sagt jetzt, Moment mal, wir machen jetzt nicht einfach nur einen Modellansatz, sondern wir machen alle möglichen denkbaren Modellansätze, die in dem Zusammenhang relevant sein können, und testen die alle durch. Und dann können sich in der großen Menge der Tests, das ist eben das Multiverse der Modelle dann, können sich gewisse scheinbare Effekte, die man mit einem einzelnen Modell bekommen hätte, können sich dann wieder gegenseitig wegheben. Das heißt, es gibt ein anderes Modell, das gibt ein negatives Resultat und hier gibt es ein positives Resultat und in der Summe hebt sich das dann weg. Und dann sagt man, okay, wir können die Frage nicht empirisch entscheiden. Hier geht es ja nicht um Störche und Kinder, hier geht es ja um Maskenpflichten, um Schulschließungen, um Ausgangssperren. Wie wurde das dann übertragen? Ja, also in dem Fall haben die beiden Forscher, Aaron Ben-David und Sharak Patel, haben eben sich 16 Maßnahmen angeschaut, die verschiedene Regierungen in 181 Ländern in den Jahren 2020 bis 2021 initiiert haben, um gegen die Ausbreitung von Covid-19 vorzugehen. Und diese 16 Maßnahmen in diesen 181 Ländern haben sie in Bezug auf vier Ergebnisse analysiert. Also da gibt es die Fallzahlen, die Infektionen, die Covid-Toten und die Gesamtübersterblichkeit in der Bevölkerung. Und zwischen diesen 16 Maßnahmen und diesen vier Ergebnissen kann man dann eben sehr, sehr viele Kausalitätsketten konstruieren. Das sind die Modelle, mit denen sie nach Kausalität suchen. Und da haben sie dann insgesamt eben fast 100.000 solche Modelle analysiert mit dem Computer natürlich. Und jetzt passiert genau das, was ich vorher schon bei den Störchen und den Kindern angedeutet habe. Wenn man ein einzelnes Modell anguckt, dann gibt es manchmal ein positives Ergebnis. Das sagt, oh, diese Maßnahme scheint geholfen zu haben in diesem einen Land. Und dann gibt es ein anderes Land, wo sie nicht geholfen hat. Und dann gibt es vor allem auch ein anderes Modell, in dem dann diese Aussage eben nicht positiv ausfällt. Mal ein praktisches Beispiel. Ich schlage jetzt mal vor, wir schließen in Deutschland die Schulen und zwar am 23. März und stellen fest, die Infektionszahlen gehen dann in den nächsten vier Wochen zurück. Wenn wir dasselbe aber machen in der Schweiz und zwar am 28. Juli, stellen wir keine Veränderung fest. Und der Hintergrund könnte eben die Saisonalität sein. Ist das so ein Beispiel, wie Sie das gemacht haben? Also unterschiedliche Länder mit denselben Maßnahmen verglichen? Genau, genau, genau. So ist das gemacht worden. Und jetzt gab es nicht in allen Ländern immer die gleichen Maßnahmen. Also es fallen ein paar Kombinationen weg. Aber im Wesentlichen haben Sie jetzt eben für alle diese Länder und alle Maßnahmen und Ergebnisse alle solche Kausalitätsbeziehungen untersucht. Und so kommt diese riesige Zahl der Modelle dann eben zustande. Was war das Ergebnis? Ja, und das Ergebnis ist eben leider, dass die Kausalitätsbeziehungen zwischen den Maßnahmen und den erwünschten Ergebnissen, dass die mal positiv und mal negativ ausfallen. Und sogar ein bisschen öfter negativer als positiv, aber das sind jetzt nicht so signifikante Schwankungen. Das Entscheidende ist, dass es eine ganz breite Verteilung von Befunden gibt. Also manche Maßnahmen scheinen ganz toll gewirkt zu haben in einem Fall, dann wieder ganz schlecht gewirkt haben in einem anderen Fall. Also man hat eben eine riesige Streubreite von Ergebnissen um einen Null-Effekt. Und das Gesamtergebnis ist dann, also wenn man alle Modelle gleichberechtigt durchrechnet, dann bekommt man mal positiv, mal negativ Schwankungen um die Null und man kann im Endeffekt gar nichts sagen. Und die Konklusion ist dann eben, diese Frage, also haben die Maßnahmen wirklich zu positiven Ergebnissen geführt, die lässt sich empirisch so nicht entscheiden. Wenn man in einer Einzelstudie was Tolles gefunden hat, dann kann man sich da freuen. Aber wenn man eben über alle möglichen Modellbeziehungen guckt und über alle Länder guckt und so weiter, dann hebt sich das alles gegenseitig weg. Und das sind eben alles offensichtlich Zufallsschwankungen, die man da beobachtet und keine kausalen Zusammenhänge. Man kann also in der Summe keine Kausalität, keinen positiven Effekt der Maßnahmen auf die erwünschten Ergebnisse nachweisen. Das ist der Befund. Bei keiner der Maßnahmen, also es waren 16, gibt es eine oder zwei, wo man sagen kann, da schon? Nicht signifikant. Ja, da gibt es einfach Schwankungen. Die schwanken alle ein bisschen unterschiedlich. Jeder hat ihre eigene Schwankung. Aber ich sehe jetzt nicht, dass irgendetwas offensichtlich besser gewirkt hat als irgendwas anderes. Also das ist nicht signifikant. Das Deutsche Robert-Koch-Institut gilt ja als Institution in Pandemiefragen. Die Tagesschau ist das Flaggschiff der ARD. Und dann nehmen wir auch noch Prof. Dr. Christian Drosten hinzu, der die Maßnahmen ebenfalls eindeutig positiv beurteilt. Das widerspricht jetzt dem, was Sie uns gerade dargestellt haben. Richtig. Also der Herr Drosten widerspricht in dem, was er sagt, dieser Multiverse-Studie. Und das muss man jetzt ihn fragen, wie er dazu kommt, diese Studie einfach zu ignorieren. Der wahrscheinlichste Grund ist, dass er sich auf bestimmte Studien konzentriert hat. Also das nennt man in der Wissenschaft Cherrypicking, wenn man sich halt die Kirschen rauspickt, die einem gut schmecken und die anderen einfach ignoriert. Sie und elf Kollegen haben Ende Juli im Cicero veröffentlicht. Und dort erwähnen Sie eine weitere Studie. Die hat erstmal gar nichts mit Corona zu tun. Bei dieser Studie wurde ein identischer Datensatz an 73 Teams gegeben. Aber die Ergebnisse waren sehr unterschiedlich. Wie kam das? Ja, also das ist ein anderes Beispiel aus einem anderen Kontext, wo man eben dieselbe erstaunliche Beobachtung macht. Dass man eben viele Wissenschaftler-Teams eine bestimmte Frage empirisch untersuchen lässt. Und am Schluss findet das eine Team etwas und das andere Team findet aber das Gegenteil. Und in der Summe wird eben kein eindeutiges Ergebnis erzielt. Die widersprechen sich eben alle. Und das ist ein Grundproblem empirischer Studien. Und das ist besonders schlecht für Gebiete wie die Epidemiologie, aber eben auch für Wetterphänomene, Klimaphänomene. Also sehr komplexe Zusammenhänge, die sich eben nur schwer physikalisch erklären lassen. Wo man eben empirische Studien macht. Man misst eben gewisse Dinge wie die Störche und die Geburten zum Beispiel. Oder eben die Stärke einer Maßnahme, die initiiert wird und den Effekt, der dann erwünscht sein könnte. Und das sind eben empirische Studien. Und die sind sehr schwer gut zu machen. Also was man am liebsten hätte, ist, dass man solche empirischen Studien unter Laborbedingungen durchführt. Also so ähnlich wie man in der Physik im Labor sehr präzise die Bedingungen vorgibt, bei denen man eben messen will. Und es gibt in der Epidemiologie so ein paar Settings, die einem etwas nahe kommen. Das sind zum Beispiel große militärische Einheiten, die auf einem Schlachtschiff zum Beispiel viele Monate unterwegs sind. Das ist ein sehr isoliertes, großes System. Da kann man solche Untersuchungen machen. Oder Forschungsstationen in der Antarktis zum Beispiel. Ein komplett isoliertes System. Gruppe von Leuten. Und solche Laborstudien gab es früher schon. Und die haben eigentlich immer gezeigt, dass diese ganzen Maßnahmen unter solchen Laborbedingungen nicht funktionieren. Jetzt kann man natürlich trotzdem glauben, dass sie auf der Bevölkerungsebene im großen Stil funktionieren könnten. Und das ist eben genau, was man eigentlich zeigen müsste, wenn man als Regierung solche Maßnahmen für die ganze Bevölkerung verhängen will. Und dass das eben aber sich dann nicht nachweisen lässt, dass auf der Bevölkerungsebene eine Wirksamkeit solcher Maßnahmen wirklich gegeben ist, das ist eben das Ergebnis dieser Multiverse-Studie. Sie haben uns jetzt also gesagt, dass man rückwirkend nicht wissenschaftlich belegen kann, dass die Maßnahmen einen positiven Effekt haben. Aber wir alle haben ja auch noch unseren gesunden Menschenverstand. Wenn ein Virus durch den Menschen übertragen wird, dann ist es doch nachvollziehbar, dass weniger Kontakt zu weniger Übertragungen führt. Kontaktbeschränkungen müssen dann doch erfolgreich gewesen sein. Ja, das würde man meinen. Und dann wundert man sich, warum zum Beispiel auf einem Schlachtschiff, das viele Monate auf dem Meer unterwegs ist, ohne Kontakt mit der Außenwelt, warum dann dort zum Beispiel plötzlich eine Grippe-Epidemie ausbricht. Oder auch auf der antarktischen Station, wo die Leute wochenlang in Quarantäne waren, geimpft wurden, Masken trugen, bevor sie dorthin kamen. Und dann, nachdem sie dort sind, nach einiger Zeit, manchmal Wochen oder Monate, bricht plötzlich eine Krankheit aus. So ist auch bei Covid übrigens geschehen. Also das ist dann nicht erklärbar in ihrem Modell. Und insofern zeigt das, dass die Sache sehr komplex ist oder sehr komplex sein muss. Und dass es nicht ganz so einfach mit den Erklärungen funktioniert, wie man sich das gerne vorstellt und wie es von in der Presse oft beschrieben wird. Vorgestern hat die Weltgesundheitsorganisation die weltweite Notlage wegen Affenpocken ausgerufen. Eine weitere Pandemielage ist ja denkbar und wird auch schon seit Jahren angekündigt. Was sollten wir dann anders machen als bei Covid? Ja, es wäre natürlich zu wünschen, dass die Regierungen nicht einfach Maßnahmen erfinden oder vorschreiben, die nicht getestet wurden, deren Wirksamkeit nicht empirisch belegt wurde. Und wie wir jetzt gesehen haben an der Multiverse-Studie, ist das eben extrem schwierig. Und hier muss aber eigentlich natürlich immer klar sein, dass die Nachweispflicht bei denen liegt, die solche Maßnahmen anordnen wollen. Die Nachweispflicht kann ja nicht bei den Betroffenen liegen, dass die Maßnahmen nicht helfen, sondern dass die Maßnahmen helfen, muss derjenige beweisen, der sie anordnen will. Und ich denke, das wäre ein wichtiger Grundsatz. Und wenn der beherzigt würde, könnten wir vielleicht mit mehr Eigeninitiative und weniger Regierungsgewalt durch die nächste Epidemie gehen. Wer behauptet, der Nutzen der Maßnahmen sei durch Studien nachgewiesen, verbreitet Fehlinformationen. Dieser Satz ist ein echter Kracher, denn er richtet sich an etliche Wissenschaftler und Institutionen von RKI bis Christian Drosten. Er stammt von einer interdisziplinären Gruppe von Forschern. Sie nehmen Bezug auf eine Multiverse-Studie aus den USA. Ausführlich lesen Sie dazu auch im Cicero unter dem Titel Der Debatte fehlt das wissenschaftliche Fundament. Einer der Autoren ist der theoretische Physiker Professor Klaus Kreu von der Universität Leipzig. Herzlichen Dank. Vielen Dank für das Interview. In Italien regiert die rechtskonservative Giorgia Meloni. In Frankreich hat der Rassemblement National mehrere Wahlen gewonnen. In Deutschland wird die AfD aller Voraussicht nach einen sehr erfolgreichen September feiern. Und auch bei der EU-Wahl war viel die Rede vom europäischen Rechtsruck. Aber gibt es eine europäische Rechte? Gibt es einen Konsens der Konservativen? Was dafür spricht, was dagegen, das thematisieren wir mit Professor Gislav Krasnodemski. Der Soziologe forschte und lehrte an der Universität Bremen. Für die polnische Partei Recht und Gerechtigkeit PiS war er zehn Jahre Mitglied im EU-Parlament. Er war auch Vizepräsident des Parlaments. Mit der neuen Legislatur schied er aus. Herr Krasnodemski, guten Tag. Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Um politische Parteien oder Bewegungen zu beschreiben, nutzen wir häufig Verallgemeinerungen und Zuschreibungen. Rechts, links, konservativ, progressiv, liberal, um da mal einige zu nennen. Welche Unterteilung politischer Lager würden Sie vornehmen? Ja, das ist natürlich, wie wir alle wissen, ein bisschen irreführend. Was ist rechts, was ist links heutzutage? Es gibt zusätzlich Adjektive, extrem harte Rechte oder harte Rechte, so wird es auch im Englischen gebraucht. Aber natürlich sind diese Parteien, die wir dem rechten Spektrum zuordnen, sehr unterschiedlich, weil die nationalen Kontexte sind unterschiedlich in den nationalen Geschichten. Und im Unterschied zu Sozialisten oder Liberalen ist natürlich solche rechten Parteien für die nationale Tradition, nationaler Interesse, nationale Eigenarten sehr wichtig, sind manchmal sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, und das könnte man auch in einer gewissen Europäisierung der Politik in Europa, europäischer Politik sehen, dass trotzdem, wir haben also gewisse gleiche Probleme und wir stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Und deswegen, trotz allen Unterschieden, man sieht eine gewisse Annäherung diesen Parteien, die sogenannten rechten Parteien. Wenn wir uns mal einige von denen kurz nehmen, also FPÖ, AfD, Wilders, Meloni, Le Pen, Orban und PiS, die wird man eher so der rechten Seite zuordnen. In welchen Punkten besteht da Einigkeit? Oder was vereint diese Gruppen oder Personen in der Politik? Ja, erstens Kritik an die gegenwärtige EU-Politik. Zweitens natürlich der Prozess der unkontrollierten Integration, würde ich so nennen, dass sich die EU-Institutionen immer mehr Kompetenzen erkämpfen oder erschleichen. Ja, ich glaube, das ist das Problem. Und dann Kritik in vielen anderen Bereichen, zu radikaler Klimapolitik, Migrationspolitik. Ich würde sagen, da sind die Parteien meistens, die vertreten auch ganz andere, aber traditionelle Vorstellungen, was Europa ist. Europa der Nationen, der unterschiedlichen Kulturen, der Vielfalt der Staaten, die behalten ihre Souveränität, auch wenn sie zusammen agieren oder kooperieren. Ich glaube, dass Christentum auch spielt eine große Rolle für viele Abgeordnete. Und trotz allem, dass jetzt werden, wie wir wissen, drei rechte oder konservative Gruppen, dann muss ich sagen, ich habe das beobachtet in den letzten zehn Jahren. Es gab immer so Wechsel von Personen, von der Gruppe IT, die Gruppe Identität und Demokratie, zu EKR, zu der Gruppe der konservativen Reformen, zu den auch IKHR und umgekehrt. Zum Beispiel jetzt haben unsere Kollegen von Spanien, von der Vox-Partei, haben die EKR-Fraktion verlassen und sich den Patrioten für Europa angeschlossen und so weiter. Man kann sagen, es gibt nicht so wirklich harte Trennungslinien zwischen diesen Gruppen, mit gewissen Ausnahmen. Ein Problem ist natürlich die deutsche AfD. Sie waren zehn Jahre Mitglied des EU-Parlaments, zwar nicht Mitglied der Parteirecht und Gerechtigkeit, aber doch für die PiS im EU-Parlament. Und in den vergangenen Jahren war die PiS so etwas wie der böse Bube von Europa. Die EU-Kommission leitete ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen ein. Denn die größte Befürchtung war der Abbau der Rechtsstaatlichkeit durch die Justizreform. Wie blicken Sie nun mit etwas Abstand auf diesen Vorgang? Ja, erstens nach Wahlen in Polen im Herbst des jahres und dann, als Donald Tusk die neue Regierung gebildet hatte am 13. Dezember 2023, hat sich jetzt rechtlich gesehen nichts geändert. Es gab keine Gesetze, die betreffend jetzt Justiz oder Medien und so weiter. Und trotzdem hat die Kommission gesagt, alles ist okay und hat dann die Fonds sozusagen freigegeben. Und das zeigt natürlich also diese Reaktion auf, was die neue Regierung macht. Und sie eigentlich implementiert das, was sie uns vorgeworfen hat als Opposition. Das bedeutet, man könnte sagen, dass es arbitriere Macht ist oder sogar Alleinherrschaft von Kratusk. Verfolgung der Opposition, also Versuch überhaupt zu zerstören, nicht nur die Recht und Gerechtigkeit, die größte Oppositionspartei, aber sogar Alle Organisationen, Zivilgesellschaften, die sympathisierten mit diesen Parteifahren. Und jetzt die Reaktion der Kommission, würde man alles ernst nehmen, was sie früher über Polen gesagt hat oder über Ungarn und auch andere Länder, dann müsste eigentlich jetzt die Europäische Kommission stark reagieren. Stattdessen, das hören wir von der Europäischen Kommission, das ist alles jetzt okay. Weil die Regierung Tusk die Reformen der PiS-Partei zurückdrehen würde und damit würde Polen zur Rechtsstaatlichkeit zurückkehren. Das ist die Begründung dafür, dass über 6 Milliarden Euro Fördergelder jetzt wieder freigegeben wurden. Ja, aber er hat auch nicht die Reformen zurückgedreht. Er hat einfach die Macht übernommen. Wenn Sie jetzt polnisches Fernsehen ansehen oder polnischen Rundfunk, das ist sozusagen reine Propaganda. Also das ist total politisiert und so weiter. Es hat auch sich, wie gesagt, rechtlich-institutionell nicht geändert. Also es ist nur einfach Macht übernommen. Jetzt regieren unsere in Warschau und ist ihnen erlaubt. Das bedeutet, die Verteidigung der liberalen Demokratie oder der Rechtsstaatlichkeit in Polen ist in Wirklichkeit ein politischer Akt. Und das könnte man jetzt sehen und jeder Historiker wird das so beschreiben. Sie haben den staatlichen Rundfunk angesprochen. Gerade um den gab es ja einen heftigen Streit zum Regierungswechsel. Tusk sagte, das ist eine Art Propaganda-Instrument der PiS. Jetzt sagen Sie, Tusk hat es zu seinem eigenen Propaganda-Instrument gemacht. Wie hat er das geschafft? Ja, er hat das einfach ohne Beachtung des Gesetzes und der Gremien, die dafür zuständig, einfach besetzt und hat die Journalisten entlassen und so weiter. Wie gesagt habe, im Allgemeinen, es ist eben so, dass das, was Tusk in der Opposition seiner Partei der vorherigen Regierung vorgeworfen hat, jetzt implementieren sie das. Zum Beispiel der neue Justizminister, der auch Generalstaatsanwalt in einer Person ist, benutzt jetzt seine Macht, seine Kompetenzen, im politischen Auftrag einige Leute zu verfolgen, die für die Regierung unbequem sind. Ich meine, diese ganze Geschichte, die auch die Situation in Polen, das Bild der Situation in Polen vorher in den letzten acht Jahren, wo Recht und Gerechtigkeit in Polen regiert hat, war sehr einseitig und sehr unfair dargestellt in deutschen Medien. Jetzt natürlich, also man schweigt darüber. Also wenn ich höre, was man berichtet, wie fantastisch jetzt die Medien geworden sind, wie viele die Freiheiten erobern worden sind, das ist natürlich nur reine politische Fiktion. Abschließend noch ein Thema, das zu Verstimmungen zwischen Deutschland und Polen führen könnte. Die deutsche Bundesanwaltschaft ermittelt wegen des Terroranschlags auf die deutsche Energieversorgung, also die Sprengung der Ostsee-Pipelines. Deutsche Medien berichten, dass der polnische Geheimdienst möglicherweise falsche Fährten gelegt hat und dass ein Verdächtiger möglicherweise gewarnt wurde und deswegen entwischen konnte. Sabotieren die Polen die Ermittlungen? Das weiß ich nicht. Da müssen Sie jemanden fragen, der Spezialist in den Geheimdiensten ist. Ich kann es nur sagen, dass das, was jetzt Thema in deutschen Medien ist, in Polen wird überhaupt nicht diskutiert. Also ich hatte eben diese ganze Sache von deutschen Medien, die polnischen darüber schweigen. Aber dazu muss ich noch sagen, dass generell, wir waren nie in Polen positiv an diesen Projekten von Nord Stream 1. Das war auch damals sehr stark kritisiert und dann auch unabhängig von der Parteizugehörigkeit, von polnischen Politik, aber auch von polnischen Gesellschaft. Dasselbe galt für Nord Stream 2. Also man könnte sagen, dass diese Zerstörung oder Beschädigung der Nord Stream 2 hat man hier nicht mit Entrüstung aufgenommen. Das vielleicht erklärt so ein bisschen, dass diese Reaktionen zurückhaltend sind. Also wir fanden und ich finde auch, dass diese Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland, zur Zeit von Schröder und dann Frau Schwesing und so weiter. Und diese Energieabhängigkeit Deutschlands von Russland, das war natürlich sehr schlecht in Politik und sehr gefährlich auch für ganzes Europa. Aber das zeigte sich natürlich nach dieser russischen Aggression, sodass plötzlich die Energiekrise des ganzen Europas war, nicht nur Deutschland. Ich hoffe, dass es ein Ukrainer ist, der verdächtig ist, diesen Anschlag anzuüben. Und das hat sich in Polen aufgehalten und jetzt weiß man nicht, wo er ist. Aber wie gesagt, man könnte sagen, in diesem ganzen Kontext, das ist nicht etwas, was wir sehr negativ bewerten könnten. Ich meine, Sympathie sind hier in Polen, also ganz bestimmt auf der ukrainischen Seite. Aber Moment mal, es geht hier um die deutsche und europäische Energieversorgung. Wenn die durch einen Terroranschlag gestört wurde und wenn dieser Terroranschlag aus der Ukraine kam und Polen diesen Terroranschlag selber möglicherweise deckt und vertuscht, dann reden wir nicht darüber, ob wir uns darüber freuen oder nicht, sondern wir reden darüber, ob man beteiligt ist an einem Staatsverbrechen. Erstens, das wissen wir nicht, ob das polnische Geheimdienst, das Vertuschen oder Decken. Aber generell, man würde sagen, dass die Energieversorgung von Russland, glaube ich, sie werden mir einig, dass es ein falscher Weg wird, sich abhängig von seinem Staat zu machen. Das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist, wenn die Entscheidung gefallen ist, dass man diese Pipeline baut, dann kann niemand anderes auf die Entscheidung zurückgreifen, dass man sie sprengt. Jaja, das stimmt, aber wir wissen nicht, wer das gesprengt. Ich weiß jedenfalls es nicht. Es gab damals unterschiedliche Hypothesen und Gerüchte. Es gab sogar eine Theorie, dass es sozusagen selbst von Russland gemacht war. Ich weiß es nicht. Ich sage nur, generell versuche ich, die Stimmung in Polen zu beschreiben. Und die Einstellung zu dieser Kooperation zwischen Russland und Deutschland wurde immer sehr negativ bewertet, also bedrohlich. Und ich glaube, nach der Putin-Aggression stellte sich heraus, wir hatten recht in der Kritik dieser Politik. Und deswegen sind vielleicht auch die polnischen Medien nicht so interessiert an diesem Fall, wie die Deutschen sind. Die europäischen Konservativen finden nicht zur Einigkeit und in Polen bleibt die innenpolitische Lage angespannt. Darüber sprachen wir mit dem ehemaligen EU-Abgeordneten und Soziologen Professor Gislaw Grasodemski. Danke für Ihre Zeit. Vielen Dank. Und mit Prof. Klaus Kreu sprachen wir über eine Multiverse-Studie aus Harvard und Stanford. Ihr zufolge lässt sich die Wirksamkeit von Corona-Maßnahmen auch rückwirkend nicht belegen. Wenn Sie unsere Arbeit und unser Programm schätzen und unterstützen möchten, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ganz direkt per Spende in Euro oder Franken oder durch einen Einkauf in unserem Kontrafunk-Shop. Dort finden Sie Tassen, Taschen und Briefmarken. Und weil Sie sich nicht blenden lassen, haben wir auch eine Schirmmütze im Sortiment. Spendenmöglichkeiten und Shop finden Sie auf unserer Internetseite kontrafunk.radio. Vielen Dank und ein schönes Wochenende wünscht Benjamin Golme. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunk-Beitrag. www.kontrafunk.radio Klientz www.kontrafunk.radio Untertitelung des ZDF, 2020